Farben sind nicht nur visuelle Reize, die unser Leben verschönern, sie haben auch tiefere psychologische Bedeutungen und können viel über unsere Persönlichkeit und Emotionen aussagen. Hast Du Dich jemals gefragt, was Deine Lieblingsfarbe über Dich verrät? Tauche mit uns ein in die faszinierende Welt der Farbpsychologie und entdecke, welche verborgenen Eigenschaften Deine bevorzugten Farbtöne enthüllen. Lass uns gemeinsam die Geheimnisse hinter den beliebten Farben lüften. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Blau – Die Farbe der Ruhe und Zuverlässigkeit Blau ist eine der beliebtesten Farben weltweit und steht für Ruhe, Frieden und Zuverlässigkeit. Menschen, die Blau bevorzugen, neigen dazu, ausgeglichen, vertrauenswürdig und loyal zu sein. Sie strahlen eine beruhigende Präsenz aus und sind oft sehr nachdenklich und tiefgründig. Blau-Liebhaber legen großen Wert auf Stabilität und Harmonie in ihrem Leben und sind oft sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst. Nr. 2 Rot – Die Farbe der Leidenschaft und Energie Rot ist eine kraftvolle und dynamische Farbe, die für Leidenschaft, Energie und Tatendrang steht. Menschen, die Rot als Lieblingsfarbe haben, sind oft sehr entschlossen, mutig und leidenschaftlich. Sie scheuen keine Herausforderung und lieben es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Rote Persönlichkeiten sind oft sehr gesellig und haben eine starke Ausstrahlung, die andere Menschen anzieht. Nr. 3 Grün – Die Farbe des Wachstums und der Harmonie Grün symbolisiert Wachstum, Natur und Harmonie. Menschen, die Grün bevorzugen, sind oft sehr naturverbunden und haben eine tiefe Verbundenheit zur Umwelt. Sie streben nach Ausgeglichenheit und sind oft sehr geduldig und mitfühlend. Grün-Liebhaber sind in der Regel gute Zuhörer und haben ein starkes Bedürfnis nach Frieden und Harmonie in ihren Beziehungen und ihrer Umgebung. Nr. 4 Gelb – Die Farbe des Optimismus und der Kreativität Gelb ist die Farbe des Sonnenscheins und des Optimismus. Menschen, die Gelb lieben, strahlen Lebensfreude und Kreativität aus. Sie sind oft sehr kommunikativ, gesellig und haben eine positive Einstellung zum Leben. Gelb-Liebhaber sind kreative Köpfe, die gerne neue Ideen entwickeln und ihre Umgebung mit ihrer fröhlichen und inspirierenden Art beleben. Nr. 5 Lila – Die Farbe der Spiritualität und der Fantasie Lila ist eine mystische und geheimnisvolle Farbe, die oft mit Spiritualität und Fantasie in Verbindung gebracht wird. Menschen, die Lila bevorzugen, sind oft sehr intuitiv, kreativ und haben eine tiefe Verbindung zu ihrer inneren Welt. Sie schätzen Kunst, Musik und Literatur und haben oft eine starke Vorliebe für das Außergewöhnliche und Mystische. Lila-Persönlichkeiten sind oft sehr nachdenklich und introspektiv. Nr. 6 Orange – Die Farbe der Begeisterung und Lebensfreude Orange steht für Begeisterung, Lebensfreude und Kreativität. Menschen, die Orange lieben, sind oft sehr energiegeladen, extrovertiert und optimistisch. Sie genießen das Leben in vollen Zügen und sind immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erfahrungen. Orange-Liebhaber sind oft sehr gesellig und haben eine ansteckende Lebensfreude, die andere Menschen inspiriert und motiviert. Nr. 7 Pink – Die Farbe der Liebe und Zärtlichkeit Pink symbolisiert Liebe, Zärtlichkeit und Mitgefühl. Menschen, die Pink bevorzugen, sind oft sehr warmherzig, fürsorglich und romantisch. Sie legen großen Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen und sind oft sehr empathisch und verständnisvoll. Pink-Liebhaber haben ein starkes Bedürfnis nach Harmonie und Zuneigung und strahlen eine liebevolle und sanfte Energie aus. Nr. 8 Weiß – Die Farbe der Reinheit und Unschuld Weiß steht für Reinheit, Unschuld und Klarheit. Menschen, die Weiß bevorzugen, schätzen Einfachheit, Ordnung und Ehrlichkeit. Sie sind oft sehr detailorientiert, organisiert und haben ein starkes Bedürfnis nach Klarheit und Struktur in ihrem Leben. Weiße Persönlichkeiten strahlen eine ruhige und friedliche Energie aus und sind oft sehr aufrichtig und authentisch. Nr. 9 Schwarz – Die Farbe der Eleganz und des Mysteriums Schwarz ist eine kraftvolle und elegante Farbe, die oft mit Mysterium, Macht und Raffinesse in Verbindung gebracht wird. Menschen, die Schwarz lieben, sind oft sehr selbstbewusst, unabhängig und geheimnisvoll. Sie haben eine starke Persönlichkeit und strahlen Autorität und Entschlossenheit aus. Schwarze Persönlichkeiten sind oft sehr stilvoll und liegen großen Wert auf Individualität und Selbstkontrolle. Nr. 10 Braun – Die Farbe der Beständigkeit und Verlässlichkeit Braun steht für Beständigkeit, Verlässlichkeit und Erdverbundenheit. Menschen, die Braun bevorzugen, sind oft sehr bodenständig, pragmatisch und zuverlässig. Sie schätzen Stabilität und Sicherheit und sind oft sehr fleißig und verantwortungsbewusst. Braune Persönlichkeiten haben eine natürliche, warme Ausstrahlung und sind oft sehr loyal und vertrauenswürdig. Nr. 11 Grau – Die Farbe der Neutralität und Weisheit Grau ist eine neutrale und ausgewogene Farbe, die oft mit Weisheit, Gelassenheit und Kompromissbereitschaft in Verbindung gebracht wird. Menschen, die Grau bevorzugen, sind oft sehr rational, objektiv und ausgeglichen. Sie neigen dazu, Situationen nüchtern und realistisch zu betrachten und bewahren auch in stressigen Zeiten die Ruhe. Grau-Liebhaber schätzen Stabilität und Verlässlichkeit und sind oft sehr diplomatisch und weise. Unser heutiges Fazit Farben haben eine tiefgreifende Wirkung auf unsere Psyche und können viel über unsere Persönlichkeit aussagen. Deine Lieblingsfarbe kann Hinweise auf deine inneren Werte, Eigenschaften und Verhaltensweisen geben. Es ist faszinierend zu sehen, wie Farben unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflussen können. Denke daran, dass die Farbpsychologie zwar interessante Einsichten bietet, aber nicht als absolute Wahrheit angesehen werden sollte. Jeder Mensch ist einzigartig und viele Faktoren tragen zu dieser Persönlichkeit bei. Die Wahl deiner Lieblingsfarbe kann jedoch ein spannender Spiegel deiner inneren Welt sein und dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Abonniere jetzt unseren Kanal und entdecke, wie du die Macht der Farben und andere Erkenntnisse nutzen kannst, um dein Leben positiv zu verändern. Dein Weg zu einem tieferen Verständnis deiner Selbst beginnt hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!